Guten Morgen zusammen! Heute gehen wir unsere Skischulhütte anschauen, aber vorher gibt es sogar den Run in Powder. Let's go! So, wie ihr seht, haben wir im Sadelboden ein super Verhältnis und jetzt gehen wir in die Skilehrerhütte und schauen, wie es hier drin alles sieht. Das ist der Wenger-Lucy vom Diemtingtal. Er hat unter anderem hier geholfen, die neue Küche zu planen. Und er führt uns jetzt durch die neue Skischule. Auf dem Kompisteimer, da ist gerade etwas Essware drin, also Knobli-Brot, Holzfellner-Brot. Jetzt gibt es gerade die Skilehrer, wir testen es mal austesten und schauen, ob das gut kommt. Wir haben Tiefkühler freigegeben, so für unsere Trockenlage, was wir da haben. Auf dieser Seite ist unser Speisssaal und unser Aufenthaltsraum, wo wir unsere Skischul-Kinder plus Eltern plus so externe Gäste gerne verpflegen möchten. Und wir haben ca. Platz für 70 Personen. Also ganz super ist unsere tolle Festen von unten, wo wir hier haben. Also da können die Eltern einsitzen. Wir sind ein Kind, mit dem Skilehrer gerade auf die Fingern schauen. Und da kannst du immer alles zum Überblick sehen. Es ist der ganze Lift. Wunderschön, hier das Kaffee im Morgen nehmen, das Gipfel aus dem Gipfel oder bei einer feinen Suppe am Nachmittag. Also das ist super schön. Dann hier oben seht ihr unsere Galerie, wo er noch ist. Da haben wir jetzt eine Snow Leasy-Spielecke. Das ist Snow Leasy und das Vogel Leasy. Jetzt haben wir das ein bisschen zusammen verbunden mit Snow Leasy. Das ist eigentlich so für die kleinere Generation. Super. Merci vielmal, Luque. Ja, merci dir. Für die coole Führung. Ihr seht, es ist eine super Sache. Es ist öffentlich. Es sind alle immer herzlichste eingeladen. Es gibt etwas zu haben, etwas zu trinken. Sie kommen vorbei. Ich hoffe, wir sehen uns auf den Sadelboden. Und sonst, nächste Mittwoche komme ich, wenn sie ins Skischul-Vlog. Bis dann. Salut!